Dieses Video erklärt Ihnen die Datenschnelleingabe. Mit dieser Variante können Sie die Antworten von einem Papier- und Bleistiftest in Ihr HDS 5 übertragen. Nach der Auswahl des Testteilnehmers und des Testverfahrens stellen Sie den Startbutton auf Datenschnelleingabe. Durch Anklicken dieses Buttons gelangen Sie in die entsprechende Eingabemaske. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Antworten über den Nummernblock oder die Pfeiltasten zu übertragen. Über den Schalter oben rechts öffnet sich eine alternative Eingabemaske, in der Sie zum Wechseln der Items die Tab-Taste nutzen würden. Haben Sie alle Antworten übertragen, klicken Sie auf Beenden. Indem sich nun öffnen Fenster können Sie die eingegebenen Daten auswerten, die Eingabe unterbrechen oder den Vorgang abbrechen. Über Auswerten gelangen Sie direkt in den Einzelreport.